Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchte ich euch Wireless-In-Ear-Kopfhörer vorstellen. Und zwar handelt es sich um die Outlier Gold aus dem Hause Creative. An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an Creative, die uns diese In-Ear-Kopfhörer für das Video freundlich zur Verfügung gestellt haben. Falls euch die Outlier In-Ears im Video überzeugen, so könnt ihr mit dem Code Outlier EagleEyes satte 10% beim Kauf eines Outlier Gold bei Creative sparen. Dieser Code ist noch gültig bis zum 31. März 2020. Infos dazu findet ihr in der Infobox des Videos. Auf der Vorderseite finden wir unter anderem ein Creative-Logo, gefolgt von einem Super X-File-Logo, einem ersten Produktbild der In-Ears und einem Outlier-Schriftzug. Ein paar weitere Informationen zur X-File-Software finden wir auf der Seite, sowie einen Hinweis, dass diese praktische App für Android und iOS-Geräte zur Verfügung steht. Auf der Rückseite haben wir die Angabe zum Lieferumfang, sowie ein paar Adressen zu Creative selbst. So, let's see what's up inside. Im Lieferumfang befindet sich das Ladecase. Dieses ist aus Aluminium gefertigt und wiegt lediglich 54 Gramm. Des Weiteren finden wir noch folgende weitere Dinge im Lieferumfang. Die Outlier-In-Ear-Kopfhörer selbst Ein USB-C-Kabel zum Laden Vier weitere Ohrstipps, jeweils zwei in den Größen S und M Ein Quick-Start-Guide Ein paar Informationen zur X-File-Software Sicherheitswarnhinweise Und ein paar Informationen zur Garantie Auf der linken Seite des Schutzcase finden wir alle Status-LEDs, sowie die USB-Buchse zum Laden des Case-Akkus, beziehungsweise der Outlier selbst. Das Schutzcase wird zur Seite aufgeschoben und kann mit den Outlieren bestückt werden. Praktisch ist, dass diese mittels eines Magneten im Case gehalten werden. Zum Koppeln der Outlier genügt es normalerweise, diese aus dem Schutzcase zu nehmen, Bluetooth zu aktivieren und einmal zu klicken. Sollten sich die Outlier nicht im Kopplungsmodus befinden, so muss man diese aus dem Case nehmen und für etwa drei Sekunden die Taste auf den Kopfhörern gedrückt halten, bis diese abwechselnd in Rot und Blau blinken. Die Outlier Gold werden durch die praktische Super X-File-App erweitert. Diese App vermisst dank Foto euer Gesicht und die Ohren. Dadurch bieten die Outlier einen perfekt individuell abgestimmten Klang. Des Weiteren könnt ihr in der App auf eure Musik zugreifen, sowie den integrierten Equalizer nutzen. Falls ihr unterwegs seid und nicht immer das Smartphone rausholen möchtet, um zum Beispiel den Song zu skippen oder die Musik anzuhalten, kein Problem. Denn ihr könnt dafür die beiden Drucktasten auf den In-Ears nutzen. Der Outlier Gold In-Ear-Kopfhörer macht im Testzeitraum stets eine sehr gute Figur. Sei es beim Joggen, im Fitnessstudio oder beim Bahnfahren auf dem Weg zur Arbeit. Die In-Ears sitzen immer sicher im Ohr und haben einen guten und angenehmen Halt. Die Akkulaufzeit von rund 14 Stunden, die versprochen wird, wird je nach Lautstärke sogar übertroffen. Durch die praktische, optional nutzbare Super X-File-App bieten die Outlier meiner Meinung nach einen guten Mehrwert zu üblichen In-Ears. Und der integrierte Equalizer ist eine mehr als nur praktische Sache, um den Klang für sich anzupassen. Wer einen praktischen, funktionalen Wireless-In-Ear-Kopfhörer sucht, der zudem den Bluetooth-Standard 5.0 und hochwertige Audio-Kodex unterstützt, der kann mit ruhigem Gewissen dem Creative Outlier eine Chance geben. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Creative für die freundliche Teststellung bedanken. Habt ihr Fragen zu diesem wirklich klasse In-Ear-Kopfhörer, zögert nicht, uns diese zu stellen. Weitere Informationen zu dem vorgestellten Produkt findet ihr in der Infobox des Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Igleis Team.